Wir haben keine Beine, man kann den Fahrer in diesem Modus zumindest nicht erkennen. Natürlich finde ich ein bisschen schade, aber auch sonst, wenn wir blinken, dann bewegen sich auch die ganzen Armaturen. Jetzt zum Beispiel der Blinkstöpsel, den wir dahinter haben, Lenkrad, das erkennen können, wenn ich ihn nicht so wild hin- und herlenken würde. Kann man erkennen, auch Rückspiegel kann man gut erkennen, ob Verkehr kommt. Unser Fachgebirge kennt alles, bewegt die Bilder, von der Grafik her, vom Aussehen jetzt, vom Spiel her. Ja, ist es in Ordnung, sag ich mir, für den Simulator ist das doch ganz okay. Was mir ein bisschen fehlt, ist so ein bisschen die... Ah, der berät hat aber auch nada zu bei. Was ich sagen wollte, was mir so ein bisschen fehlt, ist die Abwechslung der Autobahn. Also wir haben jetzt dieses Modell hier, die dreispurige, dann haben wir eine zweispurige und wir haben auch Landstraßen. Und auch die Städte könnten meines Erachtens ein bisschen mehr ausgeschattet sein mit Häusern. Vielleicht ja eventuell auch noch Passanten, die rumlaufen. Das würde die das ganze Spiel so ein bisschen belebter machen. Und jetzt werden wir irgendwie langsam machen. Ja, die Städte würden immer noch ein bisschen belebter, wäre ganz schön, auch wenn das ein Schwack-Simulator ist. Fände ich es doch schön, wenn man ein bisschen Abwechslung hier drin hat. Was auch mal schön wäre, wenn irgendwo eine Baustelle wäre. Oder Verkehrskontrollen, dass ein Polizeiwagen hier, wo uns eine Streife hier rauszieht. Äh, ich fahre jetzt nochmal kurz tanken, damit ihr das auch mal seht. Weil ich denke mal, ich werde jetzt nicht allzu lange hier an diesem Truck-Simulator sitzen. So, ähm, ja, wie gesagt, dass wir praktisch jetzt hier in der Polizeistreife folgen müssen und die uns dann mal kontrollieren mit, äh, Fahrzeugschein und Führerschein und so weiter und so weiter. So, boah, hier das sind noch Preise, 1,36. 1,25 für einen Liter Diesel. Das sind Preise. Da träumen wir im Moment von. So, wir tanken. 1,25, ja, gut, es kommt ein bisschen tanken. Also, ist jetzt nicht allzu viel. Wir brauchen nicht aussteigen. Wäre eventuell auch noch eine Idee. Ähm, ich fahre jetzt mal schnell weiter, weil das von unserer Zeit abgeht. Jetzt haben wir noch eine kleine Warnsäumung. Jetzt kann ich weiterfahren. Ähm, also wir brauchen nicht aussteigen aus dem Truck. Wir könnten zum Blei machen mit dem Motor aus und für uns wird getankt. Wir bezahlen, äh, auch irgendwie. Ich weiß es nicht. Und, ja, finde ich auch ein bisschen schade. Also, man könnte das Ganze so ein bisschen abwechslungsreicher gestalten. Äh, so dass man auch keine Langeweile bei dem Spiel findet. Das ist ja vielleicht noch ganz gut. Und, ja, Autobahn, Baustellen. Jetzt wollte ich nochmal oben auf die Leisten eingehen. Ähm, wenn wir mal nach oben rechts gucken, haben wir ja diese kleine Minikarte, die ich ja hier auch... Nein, die nicht. Äh, die, die ich kleiner und größer machen kann. Einmal so klein, wo wir uns gerade befinden. Einmal eine etwas größere. Oder halt, wir machen sie aus. Ich fahre mal gerne mit dieser hier. Und, ja, darüber finden wir dann unser aktuelles Guthaben. Was im Moment mit 250 Euro ausgestattet ist. Die wir allerdings ja gleich wieder an die, äh, örtlichen Behörden abgeben müssen, weil ich ja über eine rote Ampel gefahren bin. Weil daneben ein Auge, was immer mehr zugeht. Wenn wir müde werden, müssen wir schlafen gehen. Dann kommt unser Truck. Das ist eine Anzeige, wie sehr der Truck, äh, beschädigt ist. Oder wie sehr die Ware halt beschädigt ist. Und ich will mal kurz gucken. Ja, wo muss man... Äh, wie die Ware beschädigt ist. Denn wenn die Ware beschädigt ist, kriegen wir natürlich auch, äh, was abgezogen von unserem Gewinn. Und wenn sie heilt ist, kriegen wir natürlich unseren vollen Gewinn. Und, beziehungsweise, wenn wir dann halt auch die Verkehrsordnung eingehalten haben. Daneben halt Zeit und Tag. Ähm, auf der linken Seite oben finden wir da unsere Ladung für unser Unternehmen, wie das Ganze heißt. So, ähm, ja, wie das Ganze heißt. Der Tag und die Uhrzeit, wo wir das hinbringen sollen. Und daneben, diesen komischen Balken, die von grau nach rot reichen, wie wir so im Schnitt unterwegs sind. Da bin ich hier richtig abgebogen. Oh, nee, scheiße. Wir machen eine kleine Ortstour. Wir fahren durch Frankfurt. Hier ist hier eine 50. Das kostet uns natürlich alles Zeit, weil ich hier nicht aufgepasst habe. Und Ruckelantack. Ja, ist das Zeit. Diesen Ruckelantack verliehen wir dann gerne mal. Ich muss mal kurz drüber. Die Autos bremsen für ihn auch mal so. Ja, sorry, brauchst du nicht hoch. Äh, mit Leertaste übrigens Handbremse. Ob der jetzt anhält. Ach, nee, weil die ganzen Raser da über die Straße. So, ich hoffe, wir sind noch nicht, äh, zu schnell. Dass wir gleich gemisst werden. Ja, was ist denn hier für den Verkehr? Feierabend Verkehr oder was? Nee, kann ja nicht. Jo, wir sind alle von McDonalds wieder. Oh, ah, 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 ah. Ah, verdammt. Ach, jetzt haben wir ein Auto gerammt. Das wird jetzt nicht mehr weiterfahren. Hat Warnblinker an. Nee, es wird doch weiterfahren. Was ist das denn für ein Arschloch? Naja, gut, okay. Und jetzt haben wir minus 150 auf dem Konto. Wir haben also Schulden gemacht, weil ich halt nicht aufgepasst habe. Sondern lieber rede. Boah, ich dachte, die Ampel wird jetzt auch wiederholen. Ja, gut, und so verliert man dann eigentlich sein Geld. Wie im echten Leben. Und völlig gehörten meine Sachen. Das ist halt irgendwie auch dazu. Die Strafen, weil ich ein Auto angefahren habe. Für viele Euro. Gut, darüber lässt sich jetzt diskutieren, aber... Gut, muss jeder selber wissen. Oder muss das Spiel ja besser gesagt wissen. Wie die das anhaben wollen. Und Freunden, wie die das anhaben wollen. Und Freundchen, sag mal, hier ist 90. Es kann nicht sein, dass ich dich mit meinem LKW überhole muss. Oh, der Mann. So, hier machen wir den ganzen Sonntagsfahrer. So, Dortmund. Wir müssen auf die 5. Zack. Aber muss man an den Autobahn fahren. Ich meine, wenn man auf die Autobahn auffährt, dann muss man auf den Blinker setzen können. Ja, gut. Also, hier ist jetzt auch egal. Jetzt haben wir eine kleine Ortsumgehung gemacht, was uns Zeit gekostet hat. Und umso eher wie die Ladung abliefern, desto besser. Was natürlich klar ist. Also, wir haben einen gewaltigen Zeitdruck. So nah. Und ja. Jetzt sind wir jetzt erstmal in Richtung Dortmund unterwegs. Wie weit haben wir das noch? Haben wir Dortmund schon drauf? Nee. Haben wir auch noch nicht. Na ja, gut. Was auch vielleicht noch cool wäre, wenn wir noch irgendwie ein paar mehr Abfahrten haben. Und ein paar etwas kleinere Städte auch. Halt so, dass die ganze Karte ein bisschen belebter wirkt. Ein bisschen realistischer. Das fehlt mir noch so ein bisschen in dem Spiel. So. Jetzt überholen uns alle wieder. Gerade eben auf der alten... Schnellstraße da. Da konnten wir sie alle überholen. Und jetzt sitzen wir auf der Autobahn mit nicht mal 80 Stundenkilometern. Und sie überholen uns alle. Jetzt sind die Germanicatransporter auf der Überholspur ganz links. So. Ich muss aber gleich mal kurz rüber. Wir lassen nochmal den roten vorbei, den wir jetzt im Mittelspiegel sehen können. Und jetzt setzen wir den Blinker. Und sind mal so eiskalt und fahren auf die mittlere Spur. Und ich höre schon die Autofahrer, wie sie sich beschweren. Oder sind Führerschein gemacht. Aber ich kann mich verteidigen. Und ich muss geradeaus, Freunde. Und deswegen... Ich möchte nicht mal das im Moment drüber schwanken. Und ich mache es lieber in Richtung sichern. Also Köln-Dortmund. 45. Das ist unsere. So, Ausfahrt. So, ich muss Grafenschneider sein. Vielleicht habe ich es gehört. Verkehrsfunk. Ich meine, es ist jetzt nicht für uns. Es ist eigentlich scheißegal, wenn man das mal so sagen darf. Aber wir müssen eben kurz da reinhören. Und jetzt hören wir etwas von David Guetta und Snoop Dog. Das lasse ich euch jetzt mal ein bisschen genießen. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr so, was ich zu reden habe oder was ich reden soll. Deswegen werdet ihr jetzt ein bisschen das Lied hören können. So, da war jetzt ein Zeichen der engen Kurve. Aber so liegt man uns doch gleich schon viel mehr Spaß an. Wie spät haben wir das? In 5 Hektar spät jetzt. Und wir sind abgestürzt. Was ist das jetzt? Ja. Ich weiß nicht mehr, ob ich jetzt noch aufnehme, aber das Spiel ist gerade abgestürzt. Ich mache hier mal einen kurzen Schnitt. So, da bin ich wieder. Ja, das Spiel ist abgestürzt. Es ist nicht gespeichert worden, was mich auch gewundert hätte. Und nun werden wir die, wie es hier steht, Ära beenden. Und den German Truck Simulator, bzw. das Let's Check German Truck Simulator beenden. Mein Fazit, ja eigentlich hatte ich alles im Spiel soweit gesagt. Wer mal LKW-Fahrer werden möchte, kann ich es empfehlen. Schön gemacht von den Armaturen. Und ja, kostet meines Erachtens auch 10 Euro. Also die kann man sich wohl in das Spiel investieren. Also es ist kein Fehlkauf, es wird sicherlich bei euch auch nicht abstürzen, so wie bei mir. Ich weiß auch nicht, im Moment spinnt das hier alles so ein bisschen rum. Ich hoffe, das habe ich dann zu meinem Let's Play wieder alles hinbekommen. Denn da soll es ja hoch hinausgehen mit Battlefield 3. Ihr könnt hier mal kurz klicken, damit ihr da zu diesem Video hinkommt. Und ja, sagt mir eure Meinung über das Spiel. Wenn ihr das Spiel habt, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ich lese mir dann die auch durch, antworte euch in den Kommentaren. Und ja, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und wir sehen uns dann bei meinen anderen Videos. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dann, ciao.